Nun, entweder ist es die Visualisierung der Entwicklung und des Wachstums unseres Sonnengottes, oder es ist eine uralte Reklamentafel für ein Kräuterextrakt gegen Haarausfall. Es geht auf jeden Fall um Haare. Karköpfige Yetis? Bruno bestellt schöne Grüße. Das ist nett, Darling. Was hältst du von Trixie? Zärtliche Stimme für so ein deformiertes Mädchen. Conroy Bumpers steckt in der Tiefkühlkammer. Gut. Ich muss gehen. Fühl dich wie zu Hause. Gut. Wir können doch die anderen Yetis fragen. Ähm. Ja? Was bedeutet deiner wahnwitzigen Meinung nach der erste Totempfahl? Nun, der große Sturm stellt das große Chaos dar, das unsere außerirdischen Brüder bei ihrer Ankunft veranstalten. Der Wortschfall, den wir gerade anhören müssen, hat die gleiche Wirkung. Irgendwelche neuen Erkenntnisse über den dentalen Toten? Die Wahrheit des Zahns entzieht sich mir, aber die Außerirdischen werden ihre Gründe haben. Was ist mit dem Toten, wo der alte Mann eingraviert ist? Ich glaube, er ist ein Yeti-Alien-Switter. So eine Art Über-Yeti vielleicht. Was hältst du von dem Toten mit den beiden Gesichtern? Offensichtlich sind unsere Außerirdischen völlig haarlos und ihre Absichten sind eindeutig. Sie wollen solche völlig behaarten Wesen wie wir werden. Hey, ich bin perfekt und ich wusste es nicht einmal. Gerade jetzt bist du nur fusselig. Sam, er beleidigt mich. Tu was, erschieß ihn! Bruno ist draußen beim Pool. Wunderbar, er muss die Stammesväter der Außerirdischen überredet haben, uns von diesem verdammten Planeten zu holen. Ich glaube, er trainiert gerade Rückenschwimmen. Hat Rixi irgendwelche Neuigkeiten von den Außerirdischen mitgebracht? Nicht so direkt, aber sie haben mir offenbar Gesangsstunden erteilt. Wir haben Conroy Bumpers in der Tiefkühlkammer untergebracht. Großartig, das Eis wird effektvoll seine finsteren, snaktonischen Todesstrahlen ausschalten. Ja. Wir hofften, dass das passieren würde. Wie ist es so, wenn man die ganze Zeit kopfüber irgendwo rumhängt? Komischerweise erfrischend, wenn erst einmal die Gliedmaßen anfangen zu schrumpfen. Du bist der dünnste Yeti, den ich je gesehen habe. Ich fasse zu Vorsichtshalber für den Tag, an dem die Außerirdischen uns erretten werden. Ja, das kennen wir ja alles schon. Ich muss gehen. Hallo? Hä? Woran erinnert dich der erste Totenfall? An Essen? Mann, das ist ein Bildnis der ultimativen Wellenmaschine. Wie sieht's mit dem zweiten Totenfall aus? Es gibt mehr als einen? Drei weitere, nur um genau zu sein. Vier, wenn man alle zusammen zählt. Die hab ich wohl übersehen. Wie kann man die übersehen? Die stehen doch alle zusammen. Cool, down, das sind doch bloß Totempfehle. Kannst du dich an den Pfahl mit dem Mann darauf erinnern? Du meinst den Friede-Freude-Eierkuhn-Pfahl? Sam, ich glaube, der Typ hat keine einzige Tasse mehr in seinem Schrank. Gehe ich recht in der Annahme, dass du nichts über den vierten Totenfall hören möchtest? Sprichst du noch mit mir? Wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Oh, das wird interessant. Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Ja, ich glaube, wir sind fertig hier. Das ist er auch! Bruno steht draußen beim Pool. Das trifft sich gut. Ich werde gleich mit ihm sprechen, sobald ich fertig bin mit Essen. Was hältst du von Trixys Gesang? Er ist Sirenen gleich. Was macht ihr Jungs mit Conroy und Lee Harvey? Eis am Stiel, Mann. Riesiges Eis am Stiel. Ich muss gehen. Schon in Ordnung, Mann. So, gucken wir doch mal in die Küche. Da wurden wir ja vorhin unterbrochen. Das ist ein großer Gefrierschrank. Ja, lieber wieder rein damit. Ich finde, sie sind ein exzellentes Stillleben. Gut. Ja, da können wir nicht raus. Müssen wir den Vordereingang nehmen. Ihr möchtet raus. Danke. Macht's Spaß? Sehr sogar. Miss Morrison? Ja? Ich komme später nochmal wieder. Oh, wir sollten ja sagen, dass wir Bumpus im Frierfach gelassen haben. Miss Morrison? Ja? Komm nochmal auf Conroy Bumpus. Erwähnen Sie bitte diesen Namen nicht in Evelyn Morrisons Gegenwart. Er ist nur eine schlichte Kerze, verglichen mit ihrer alles überstrahlenden Brillanz. Okay. Ich komme später nochmal wieder. Da bleibt er halt im Frierfach. Evelyn Morrison ist immer für ihre Verehrer da. Gut, das heißt, wir besorgen jetzt die Samen vor den Totems. Wobei, das erste haben wir. Es ist ein Kopfkissen voller Haarwuchsmittel. Das ist nämlich das vierte Tote mit dem Vorher-Nachher-Bild, mit dem Haarwuchsmittel. So, besorgen wir das zweite. Der Schutzheilige der Yetis in Gemüse, nämlich. Da kommt nur einer in Frage. Wo ist mein John Muir Gemüse? Hier hast du es, mein Sohn. Eine Zucchini, die wie John Muir aussieht. Hey, danke, Ma'am. Danke, das war's. So, wir haben John Muir. Das ist ein Kürbis, der wie John Muir aussieht. Ja. Das ist unser Gemüseschutzheiliger. Oder Schutzpatron. Wie man's nennen möchte. So, als nächstes der Zahn. Was sehr offensichtlich ist, wo man den herkriegt. Weil es ist ein Dinosaurier. Ein Tyrannosaurus, dem die Zähne gezogen werden müssen. Und da gibt's nur ihn hier. Hi. 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 So, da brauchen wir das Seil dafür. Komm, geht zu. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das ist eine gute Idee. Aber das Seil kann sich nirgendwo verankern. Ja. Hi. 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 Ich bin Rex. Wie... Wie ging das noch? Hi. 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 Ah, ja. So. Man muss nur im richtigen Moment klicken. So. Und dann haben wir unseren Zahn auch fast schon. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe nicht genügend Hebelkraft, um den Zahn auszureißen. So, deswegen gibt es da eine einfache Möglichkeit. Nimm ich die. Und Max war so nett, es schon anzubringen. Platsch. Zum Schluss haben wir bekommen, was wir wollten. Blaue Flecken. Den Zahn. Ja. Ein künstlicher, sehr echt... Äh. Ein künstlicher, sehr echt wirkender Dino-Zahn. So, das ist schon mal... Nee. Unsere dritte Sache. Nämlich der Zahn vom zweiten Totem. Also wir haben das zweite, das dritte und das vierte Totem. Jetzt fängt nur noch der Wirbelsturm vom ersten Totem. Und der ist am kompliziertesten. Während wir für den dritten und den Dritten einfach nur zurück abholen mussten. Nämlich einmal unser John Muir Gemüse und das Kissen in Bumpersville. Da drüben. Da drüben. Ähm. Ist der handliche Wirbel etwas komplizierter. Dafür müssen wir erst einmal... Hier entlang. Also zurück zum Restaurant. Leg einen Zahn zu, Max. So, weil die Sache ist die. Mit dem Eispickel können wir die Flasche nicht öffnen. Ich bezweifle, dass der Eispickel den Korken entfernen kann. Deswegen müssen wir den Eispickel erstmal etwas bearbeiten. Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher! Lass mich diesen nur zur Seite legen. Lass mich mal sehen. Hm. Wie ist das? Großartig. So, jetzt haben wir... Das ist ein fürchterlich verbogener Eispickel. Genau, ein Eispickelkorken. Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Mit diesem Gift? Sei nicht albern. So. Ein Korken. Es ist eine leere Schneekugel ohne Plöppel. Das scheint die Schneekugel verschlossen zu haben. Ja. Jetzt haben wir eine leere Schneekugel mit Plöppel. Es ist eine leere Schneekugel mit einem Korken. So, jetzt müssen wir die nur noch füllen. Wir können vorher noch Schaul mal besuchen gehen. Die Größe von Bruno ausrichten. Oh, willkommen im Garten known. Wirbel. So, Shabul war hinter der orangenen Tür. Ja, für Orange müssen wir noch dann die gelben hier drüben anschalten. Im Augenblick ist nur der rote aktiv. Also ja, das hier soll orange sein, auch wenn es noch recht gelb aussieht. Ihr seid zurück. Und größer als eine Cola-Dose. Sogar drei Cola-Dosen. Was wollt ihr denn jetzt? Kannst du das über die Yetis nochmal wiederholen? Aber sicher. Bla, 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 bla.